Bonjour Alter! Herzlich Willkommen zurück zu HWSQ, wie spricht man das Französisch aus? Es ist leider letztes Mal, eine Folge ist leider ausgefallen, weil bei mir war der Rechner kaputt, bei Tobi die Gesundheit im Arsch, Curry war wieder bei den Huren und die Pan wollte sowieso niemand mit uns aufnehmen. So ist es nämlich gewesen. Es ist was dazwischen gekommen. Curry ist aber wieder auf dem Damm, der hat sich wieder beruhigt, Tobi hat immer noch Kacke im Hals und die Pan will immer noch nicht mit uns aufnehmen, aber wir bezahlen sie jetzt dafür. Ja, ordentliche Beträge und dann ging das, dann hast du plötzlich doch wieder Lust gehabt. Ja klar, goldiger Pahn. Und natürlich noch eine Packung Rollo in der Tasche, weißt du, immer schon eine Packung Rollo in der Tasche. Ist das Rollo in der Tasche? Nein. Nein, das ist mein Penis. Das verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Was? Hä? Penisse? Eine Packung Rollo ist doch viel größer. Doch, das ist jetzt gleich schon wieder gelaufen. Ja, wir spielen, wir spielen... Ja, wir sind einfallslos, wir spielen schon wieder dieses Spiel hier mit Karten gegen die Menschheit. Will ja auch keiner sehen. Nee, du hast den Raum nicht so genannt, oder? Das ist nicht dein Ernst. Was? Der fängt schon wieder an, ne? Was? Hä? Hä? Ja, was denn? Alter. Curry, alles gut? Hast du was gegen Community, liebe Curry? Hast du deine Community so sehr? Hast du die Männer jetzt? Was? Was passiert dann nicht, wenn man auf einem Streaming drückt? Dann fliegst du raus. Ach so. Hier nicht. So, ich mach mal Start-Game. Oh Gott. Oh Gott. Kann ich... Ich mach mal ein bisschen größer hier wieder, ne? Ich weiß gar nicht. Ich hab auch ein bisschen reingezoomt. Du bist zuerst der Zar. Ach so, ich bin... Ah, das ist klar. Du bist der Zar. Okay, also erste Frage. Hm, 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 hm. Ich wette, davon kriegst du niemals genug. Äh... Jetzt bin ich... Ist auch schon ein bisschen hervorragend gespielt haben. Wir wissen das alles gar nicht mehr, wie das geht. Oh Gott. Ih, Alter. Was denn? Hast du wieder... Nee, alles cool. Für die Community und so. Okay, okay. Okay, okay. Was? Reptiloiden? Was denn? Ich lese. Wie ist das eigentlich, wenn wirklich einige Menschen Reptiloiden sind? Reptilien haben ja zum Beispiel keine Geschlechtsorgane. Ja. Wie? Pflanzen die sich fort? Oder wie funktioniert das? Oder legen die Eier? Oder haben die, wenn die verheiratet sind oder sonst irgendwas, haben die auch Sex mit normalen Menschen? Vielleicht pflanzen die sich ja auch Fiat. Und nicht Ford. Och, Tobi, Alter. Alter. Mach mal deine Nase frei, bitte. Da muss ein bisschen Dauerstoff hin. Der hat ja gar keine Bronchien, der hat vor lauter Koks keine Luft mehr gekriegt, Junge. Der Brocken hat sich quergestellt, weißt du? Boah. Das war der schlimme Koks vom Schlecker, Alter. Boah. Okay. Stand aber Domestos drauf. So. Ich wette, davon kriegst du niemals genug. Okay. Schauen wir mal die Nummer... Deine Mama beim Masturbieren helfen, weil sie sonst ihren besoffenen Körper nicht vor Aldi wegbeweht. Was? Das ist selbstgeschrieben von Tobi, das hat er selbst erlebt. Das hat er mir mal erzählt. Ich weiß es noch. Aber eh, wer masturbiert vor dem Aldi? Deine besoffene Mutter. Auf die Auslage beim Aldi, oder was? Oh geil, Birkeflasche. Ahhhh. Ahhhh. Karls Krone, Alter. Karls Krone, Mann. Mal gucken, wovon du niemals genug kriegst. Zigarettenfilter als Tampel. Boah, was? Ihhh. Das geht aber glaube ich nur, wenn man jünger ist, dass der es nicht rausflutscht. Die Liga können bestimmt noch groß werden, du weißt ja nicht wie aufsaugfähig die sind. Ich weiß es gar nicht. Aber ist der dann, ist der dann Nachgebrauch, wenn er schon so richtig gelb durchzogen ist, oder ist der dann... Oh, warte! Ja, warte! Wenn halt im Asher sonst nix drin ist und du suchst auch deine Tampen und hast nix dabei, dann muss er auch... Und damit dann rauchen, dann hast du eine Zigarette mit Geschmack. Ja, kannst ja auch mal dann dran ziehen, mal gucken, was passiert. Oder Lippenstift oder so. Da kriegst du eine richtig fette Tobi-Bronchin, Alter. So. Okay, wovon kriegst du denn noch nicht genug? Was? Hä? Hä? Alles klar. Pan, alles klar. Selbstgeschrieben von Pan, alles klar. Nee. Nein. Wie nein? Ich hatte auch voll das Kackdeck einfach. Hast du die Karten denn dann wenigstens weggegeben, die du scheiße fandest? Ja. Okay, das ist gut. Gut gemacht, gut gemacht. Super. Gut. Jetzt ist aber noch schwierig. Ich glaube, ich muss leider, ich muss leider, ganz ehrlich, auch Blükelfleisch. Ja, dafür. Ich mach das halt auch regelmäßig. Immer mal bei Aldi in die Auslage wichsen, das ist gesund. Boah. Und steigern das Selbstwertgefühl. Ich muss es leider... Aber Tobi fängt schon wieder an, Alter. Der Tobi mit seinem Sechster. Das ist das erste Ding hier, ey. Der hat doch irgendwie so einen Premium-Account, Alter. Das kann doch nicht sein, ey. Nee, der Tobi hat doch seinen Account vergessen. Guck mal, deswegen fängt er wieder bei Null an komplett. Ja, toll. Das ist der Trick. Das ist der Trick. So. So. So, okay. Jetzt kann ich mich, glaube ich, aus der Ecke raus bewegen. Jetzt seh ich nämlich, wo die Karten sind. Und pack mich mal einfach hier hin. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Ich hab mich auch ein Lämpchen gebracht. Ich mach mich hier hin so. Hey Freunde. Oh nein. Der Dean Curry. Achso, keine macht den Curry. Also ich hab heute sehr, sehr nette Karten, muss ich sagen, Alter. Die sind wirklich nett. Das ist okay. Das ist geil. Ich weiß nicht. Das ist so eine Pan-Aktion, Alter. Ich weiß nicht. 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 Das muss ich leider weggeben, weil ganz ehrlich. Nee. Das hier kann ich auch nicht. Das tut mir leid. Das ist doch nicht meins. Ich muss ganz kurz aussortieren. Ja, ja. Ja. Hm. Hm. Keine macht den. Ich hab echt nur Scheiß-Karten dafür. Ich hab auch irgendwie das. Ja. Ja, ja. Komm, Tobi. Wenn du Scheiß-Karten hast, sind die immer noch geiler als unsere zusammen. Nee, die sind diesmal echt scheiße. Keine Ahnung. Irgendwie sind voll... Ja, ja. Ja, klar, Tobi. Ja, klar. Oh nein. Oh, Erik. Community. Hier war mit Klammern. Keine macht den Community-Hatern. So. Okay. Oh, Community mit zwei M. Hm. Linzenz. Tobi? Ja, ich hab keine Ahnung, was ich da hinschreiben soll. Ich... Keine Ahnung. Nachbarn. Den... Sind alle noch etwas müde. Wir müssen erst noch in den Fahrt kommen. Ja, ist doch früh am Tag. Keine macht den Zigaretten. Komm, Tobi. Das ist doch was für dich. Hm. Ja, komm. Oder den Maiskolben. Keine Ahnung. Ja, mach... Ja, wir haben ja Zeit. Okay. Okay. Bereit, alle? Jetzt kommt's. Ja, klar, Alter. Keine macht den... Äh, oh, warte. Den... Hast du auf Rot gedrückt? Was? Ach so, alles klar. Kindern. Kindern. Alles klar, Tobi? Oder was? Kurz und schmerzlos. Keine macht den Kindern. Alles klar. Keiner macht mehr Kinder. Und dann haben wir noch... Keine macht den... Lesbische Stripper Nin... Lesbische Stripper Ninjas? Hä? Ganz ehrlich, wer sagt denn sowas? Keine macht den lesbischen Stripper Ninjas? Ich bin dagegen. Was soll denn? Da sollte viel mehr Macht eingeräumt werden. Auch... Auch in der öffentlich... Öffentlichen Wahrnehmung. Gerne ja. So ein Morgenstern zwischen den... Hä? Was? 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 Oh, ich bin so doof. Wie heißen die Dinger, diese... So ein Ninja-Stern, meinst du? Die Ninja-Stern, genau. Aber die haben doch auch nen Namen, oder? Shuriken oder so heißen die. Shuriken, genau. Ja. Shuriken? Morgenstern wär auch lustig, ne? Das war Deutschmann. Shuriken! Ich bin echt... Ich hab immer voll den guten Bio-Rhythmus. Du solltest schlafen, ey. Schlaf einfach, wir machen ja weiter. Auf alles wieder müde. Ausrede! Ausrede! Alles klar? Alles klar. Okay, Keine... Ich werd... Das Spiel noch gesagt. Keine macht den... Herpes-versifften Schamlippen einer günstig importierten ungarischen... Alles klar. Ja, das ist doch noch selbst geschrieben. Das glaub ich ja jetzt wohl nicht, wa? Schön, Erik. Schön, Erik. Was? Was? Wenn das... Natürlich hat der das selber geschrieben. Ich mach mich hier für lesbische Stripper Ninjas stark. Das ist sowas von selbst geschrieben oder das ist von Erik? 100 pro. Hä? Natürlich ist das von Erik. Da verwende ich meine schlabbrigen Klöten drauf. Ich bin mega... Was? Erstens was? Und zweitens, ich bin voll empfört, dass ihr sowas denkt. Da kann man voll gut mit schaukeln, das ist voll geil. Hab ich selbst geschrieben? Hä? Was ist ne eingebaute Bumpsschaukel, Alter? Ich muss es einfach nehmen. Ja, siehste? Na klar. Ist auch noch selbst geschrieben. Hä? Du hast das mal eben selbst geschrieben? Was für ein krankes Schwein bist du halt nicht? Ja, jetzt stehst du scheiße da, ne? Jetzt hast du verkackt, ey. So, aber was verleihen wir denn heute? Was verleihen wir? Oder was verleihe ich? Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ich mach das hier. Oh, das ging mir zu schnell. Jetzt hab ich Angst. Das war okay. Das war okay. Aber kann man machen. Kann man machen. Alles klar. Panet und Tobina sind auch am Start. Auch bei MyHammer. Oh, das ging aber schnell. So. Am liebsten verleihe ich natürlich gerne die freche süße Oma von nebenan. Geil, die würde ich mir ausleihen. Die gute Uschi, die kann man echt gut mieten, Alter. Die macht echt Spaß. Die macht auch mal guten Kuchen bestimmt, ne? Guten Kuchen, ja. Mit sicher halt. Mit richtig warmem Zitronenkuchen. Die kommt dann mit so einem Wimpanzug direkt vor die Tür. Alter, wie geil, ey. Lecker. Vielleicht ja auch mal deine Zähne, ihre Zähne, wenn du es brauchst. Okay, Tobi, reicht jetzt. Okay. Geil. Geil. So, ich verleihe aber noch ein bisschen was. Dann habe ich zwei Münder, mit denen ich dich küssen kann, Tobi. Alter. Warte mal, was hast du gerade gesagt? Kannst du mir vom Katheter-Tunnel lutschen. Schön. So, ja. Ich verleihe noch was. Zum Beispiel. Natur-Sex-Spiele. Wie verleihst du Curry? Das ist das Original von Erik. Das ist das Original von Erik. Abgefüllt in kleinen Plastiktütchen. Das ist... Nice. Das muss wieder von Erik sein. Ohne Scheiß. Ich habe eine Frage, Curry. Wenn du Natur-Sektspiele verleihst, sind die mit Fruchtfleisch oder ohne? Alter. Da kannst du dich mal überraschen lassen. Was geht mit dir? Manchmal raste ich noch ein bisschen ab, damit da noch ein bisschen mehr drin ist. Wie so ein Smoothie, weißt du? Oder so Crotons, weißt du, das sind dann die Nierensteine, Alter. Du hast nachgefragt, Erik. Du hast nachgefragt. Du hast nachgefragt. Ja, eben. Ich bin investigativ. Ich will es wissen. Für die Menschen da draußen. Mach weiter. Der will da investieren. Das ist eine Idee, Alter. So, warte mal. Ich verleihe aber außerdem noch die Make-A-Wish-Foundation. Was? 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 Wie was das denn jetzt da? Tobi erklär mal das bitte. Wisst ihr denn nicht, was die Make-A-Wish Foundation ist? Ja, doch. Ja, ja, doch schon. Aber warum verleiht die denn? Ja, ich verleihe die ja nicht. Die verleiht ja Curry. Aber warum? Ach so. Ja, ja. Hat er gerade vorgelesen. Ach so, ja. Danke Tobi, ist echt nett von dir, krass. Kein Ding. Schenk ich dir. Ähm, ja. Einfach weil es stimmt, muss ich einfach zugeben. Ist halt so. Was? Es war die Schwäche im Geplan. Was? Ja. Ich hab die süße Oma nämlich. Ich spure ne Pan. Jetzt neu im Sortiment. Pugo. So. Ähm. Oh Gott. So, also, äh, wir haben hier, äh, mhm, ist der Anfang von allem. Alter. Und Herr Grr pannet und den Kur. Oh, ich, ich kann das nicht. Ich, ich, ich kann das nicht. Oh ne, der hat wieder irgendwas geiles, Mann. Der würde ich so nicht unbedingt nennen. Ähm. Oh, ähm, ja. Das hier vielleicht, es passt so viel. Das hier würde auch passen, das würde auch passen. Also, ich nehm den jetzt hier. Ich kann das hier, ich kann das nicht nehmen, das geht nicht. Sorry. Das ist auch geil. Das kann ich nie machen. Boah. Egal. Haben wir den erst mal weggemacht hier. Ich bin bereit. Ich mach, ich, ich bin mehr so der Romantiker. Hm, ich, äh, meins ist auch sehr romantisch. Ich, ja, das hier ist eher, äh, meins ist romantisch. Muss ich da nicht. So, Tobi. So haben, Paaren, so haben wir uns auch kennengelernt. Ich fang, ich fang einfach mal in der goldenen Mitte an. Von allem der Anfang ist, fixer Besteckteil. Ficker Besteckteil. Also, wenn das das weiß, ist ja echt romantisch. Das ist ein guter Walddienstag. Das ist ein guter Walddienstag. Ja. Oder? Also, wenn ihr mal keine Idee für ein Geschenk habt, einfach mal... Ja. ...gemeinsam im Urlaub. Für Nachmittag. Ähm, hallo Kinder. So. Okay. Ähm. Ein Schokoladenpenis, der Geldscheine pisst, ist auch, äh, von... Alles klar. Was? Ja, so haben wir uns kennengelernt, ne? Ja. Ach so, ach so. Ach so, ja, ja. Mein bekannter Schokoladenpies. Oh, der ist aber lecker. Hm, der riecht auch nach Vanille. Alter. Ja. Ach, ja. Aber ganz ehrlich, Geldscheine pissen und dann noch der Golden Shower von der letzten Runde. Boah, Alter. Ne? Mit den Nischensteinkotons in Tome, ey. Ist auch mal ne Münze mit dabei. Ich hab nie wieder Cotons essen, ey. Kommt einfach so ein 2-Euro-Stück raus, weißt? Boah. Die sind schon leicht aufgeweicht, nicht mehr ganz so knusprig. Okay. Weiter, bitte. Okay, von allem der Anfang ist außerdem... Tom Cruise? Hä? Okay, ja, ja. Ja. Was? Was? Wie? Kann man so sehen? Kann man so sehen? Ist das so ein Scientology-Ding, oder wat? Ja, kann ja sein. Wenn du wirstest. Tom Cruise ist von Curry, ne? Der lacht auch völlig laut gerade. Über Tom Cruise auch noch. Ja. Curry hasst Tom Cruise. Ich krieg immer wieder keine Punkte. Weil's romantisch ist, nehm ich das hier. Ja. Ist auch echt romantisch. Ist auch echt. So war das damals. Ja, vor allem haben wir ja grad die Geschichte erfahren, wie Pan und Erik sich kennengelernt haben. Von daher kann man das ja ruhig auch mal nehmen. Genau. Wie ne Hauptbahnhof. So. Und jetzt... Ah, ich darf auch mal wieder. Jetzt die große Frage. Wer oder was kommt immer zu spät? Oh, alles klar. Unsere Kandidaten haben eingeloggt. Das wär ne geile Gameshow. Das wär ne geile Gameshow. Cards Against Humanity. Ach so, ja. Kein Sender würde diese Sendung ausstrahlen. Nein. Der TF Neo mit viel Glück. Okay. Okay. Wer oder was kommt immer zu spät? Unsere Antwort vom ersten Kandidaten. Alles klar? Alles klar? Gut. Haben wir ja schon den Gewinner jetzt, ne? Der ist überall. Der ist überall, der Dalukat. Der ist halt echt überall, ey. Der ist einfach unfassbar. Der ist wie so ein Joker in jedem Kartenzimmer. Dieser eine Joker ist Dalukat. Dalukat. Geht immer. Überall. Ja. Hör ich auch oft am Fernsehen in so einer Ratrunde. Dalukat. Und alle so. Boah! Boah! Das ist dann dieser Moment, wenn die Welt kurz stehen bleibt einfach. So. Okay. Wer oder was kommt immer zu spät? Meine Hüfte. Ich verstehe. Die hängt immer so ein bisschen hinterher. Ich hab das jetzt im sexuellen Kontext verstanden. Ja, ist auch gut so. So. Verstehst, wie du's magst, Erik. Kommst du gleich? Kommst du gleich? Ich brauche noch. Ich brauche noch. So. Langsam. Langsam. So. Wer oder was kommt immer zu spät? Ein nie endender Fluss aus Tränen von Frankfurt. Das ist Tobi, ey. Ja. Das ist dein Tobi. Selber geschrieben. Und der kommt. Ich möchte wissen, wer die Karte gelegt hat. Weil dem kommt dieser Tränenfluss immer zu spät. Offenbar. Der müsste schon früher einsetzen eigentlich. Ich muss es leider. Ich muss es leider. Es tut mir leid. Tobi. Natürlich Tobi. Natürlich Tobi. Ist ja klar. Keine Hemmungen. Dieser Junge macht uns fertig. Alter, du cheatest doch. Das geht doch gar nicht. Den Mugen kenn ich nicht. Was ist das? Der hat die besten Karte. So. Leute. Die Ergebnisse der Autopsie kamen gerade rein. Die Todesursache lautet. Äh. Oh Gott. Ich kann diese Karte einfach nicht legen. Mach es einfach. Wenn du denkst, du kannst sie nicht legen, dann leg sie. Okay. Das hier würde auch gut klappen natürlich. Das kann man gut nehmen. Wenn das hier nicht steht. Ach egal. Schade man. Ich will das heute noch legen. Das hier. Kommi, tu es. Kann doch nicht. Ne, das geht doch nicht. Das passt doch nicht. Das ist doch nicht gut. Aber egal. Okay. Oh, Alter. Hast du es getan? Ja, ja. Es geht nicht, Alter. Das geht nicht. Das wird auch keiner witzig finden, glaube ich. Okay. Dann denk mal auf. Okay. Die Ergebnisse der Autopsie kamen gerade rein. Die Todesursache lautet. Oh. Ich bin Stevie Wonder, der auf der deutschen Autobahn fährt. Ja. Ja. Ah, schön. Okay. Das war schon mal nicht von Erik. Nein. Ich bin sehr gespannt. Okay. Okay. Die Ergebnisse der Autopsie kamen rein. Die Todesursache lautet. Alter, ey! Alles klar! Alles klar! Alles klar! Ich kann die Karte nicht legen, Alter, zu nichts passt die! Du kannst diese Karten nicht legen, das geht nicht! Doch, wenn die Frage vielleicht lautet, was finde ich abscheulich oder so? Es gibt diese Frage bei diesem Kartenspiel nicht! Die gibt es nicht! Es gibt immer nur so Juhu-Karten, weißt du so! Aber das ist schon krass, Erik, das ist schon krass. Selbstgeschrieben auch, ne? Ja klar, klar! Ich hab da, ich hab 10 davon im Deck einfach, weil die immer passen als Joker. Welch dick ist die Karte, bitte? Mein Gott, ey! Du kannst diese Karte nie legen, nie! Weil das Geheimnis meiner Diät Kindesmissbrauch! Du kannst sie nicht legen! Du brauchst dir gar keine Gedanken zu machen, weil wenn du, wenn du ein Kind 5 Euro in der Hand drückst und sagst geh mir mal beim Aldi 2 mal Milch holen, dann ist das auch Kindesmissbrauch, weil du kannst ja selber gehen musst. Brauchst das Kind, das ist für dich einkaufen. Okay, pass auf! Bei uns hat's... Es hat hier neulich geschneit, ne? Hier auch, ähm... Ah, ich weiß es genau! Ja, wir haben hier so einen langen Weg und es klingelte morgens und draußen standen zwei Buben aus der Nachbarschaft, zwei junge Menschen aus der Nachbarschaft und haben gefragt, ob die den Schnee schippen dürfen und da hab ich natürlich gesagt, alles klar! Und die wollten natürlich Geld verdienen, ich hab das damals als Kind auch gemacht und dann hab ich denen einfach ein bisschen Geld in die Hand gedrückt und hab gesagt, Jungs, schippt los! Und die haben den ganzen Weg geschippt von vorne bis hinten, der ist schon ziemlich lang und das ist sehr cool und ich hatte gar keine Arbeit und ich hab einfach Kindesarbeit! Das war Kindesarbeit, Kinderarbeit und ich erinnere mich noch damals, ich hab 5 Mark verdient... Da, Komi-Flash! Hörste? Hörste? Ich hab damals 5 Mark verdient und das war viel! Und da hab ich mich gefreut! Und die beiden, ich glaub, die hatten auch Spaß! Hä, was waren das denn für zwei Lauchbuben? Wer macht denn das heutzutage noch? Eigentlich hätten die dir auf die Fresse hauen müssen, und die hätten dich ausrauben müssen! Normalerweise schon! So kenn ich das! Ich hab mich deswegen gefreut, die standen schon mit den Schneeschippen, ich hab mich voll gefreut! Und dann hab ich gedacht, ja, jetzt bin ich die andere Seite, aber da ich damals 5 Mark verdient habe, hab ich den Bein dabei, hier habt ihr einen Zehner! Geil! Und die haben sich voll gefreut! Cool! Für'n Zehner? Für'n Zehner! Da kriegst du dann immer eine Kugel Eis heutzutage! Naja, das geht! Das kommt drauf an! Da, wo du ein Eis holst, natürlich nicht, Mr. Bond! Also bei uns kostet eine Eiskugel mittlerweile 1,50! Was?! Ja! 1,50?! Was holst du denn für Eis? Das ist hier so! Das kostet hier überall so viel! Und die Waffel musst du auch nochmal extra zahlen, oder was? Du bezahlst bei uns auch für'n Döner mittlerweile 6,50! Ja, alles klar! Ja! Kannst du da reinkommen oder gut! In Darmstadt gibt's ja nur einen Dönerverkäufer inzwischen! Wo lebt ihr, dass das so günstig ist? In Köln! In Köln kriegst du überall Döner! Oder guck mal Berlin! Berlin geben Leute dir Geld, wenn du Döner kaufst! Ja! Ja! So! Gut! Ähm, ja! Also Erik ist gefickt nach dieser Folge, wissen wir Bescheid! Alter, wie kannst du denn dieses Wort in den Zusammenhang bringen, Tobi? Was bist du für'n... Du brauchst das jetzt nicht auf mich abwälzen! Du, du bist der Gebummste hier, nicht ich! Ich genau! Alter, Tobi, hör auf jetzt damit! Hör auf! Es gibt noch eine weitere Todesursache, und zwar... Das ist ja noch schlimmer! Das ist ja noch schlimmer! Das ist doch der selbe! Ohh ho 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 ho... Ohh wanne! Look, ich muss... Ich muss, ich muss leider, ich muss leider Steah die Wand her nehmen! Es tut mir leid! Was? Das ist okay! Ja, komm, wenn ich mir das vorstellen... Curry, du bist Bauer-Suchfrau, ne? Ja, ist mir aber egal. Ich dachte, du nimmst jetzt Kindesmissbrauch, aber gut. Nee! Danke! Das finde ich jetzt aber unfair, das ist parteiisch, das zählt nicht. Was? Alter! Ja, aber ich bin die Karte los, das ist schon mal viel wert. Vielleicht kriegst du ja noch eine. Ich will übrigens kurz nur mal sagen, dass Leute immer noch random, irgendwelche Videos schreiben, immer, egal was kommt, mindestens einer, herzlichen Glückwunsch zur Einschulung, immer noch. Nur mal so, ne? Erik. Ja. Ja. So, ich habe übrigens 99 Probleme, aber ist keins davon. Oh, hier hat der Kindesmissbrauch, gut gepasst übrigens. Ja, dann wäre es aber gut gewesen, ja. Ja, komm, das ist ein Klassiker. Alles klar, Tobi hat natürlich wieder die Karte. Ey, ich warte auf den Tag, wo wir mal eine Runde spielen, wo ich mal so eine Karte wie der Tobi hab. Vielleicht bist du einfach nicht so... Vielleicht bist du einfach nicht so kaputt, weißt du, Kari? Kannst einfach nicht richtig spielen. Ja, wenn ich so eine Karte hätte, würde ich die auch legen, Alter. Hättest du Kindesmissbrauch gelegt? Ich hätte Kindesmissbrauch hoch 2 gelegt, ey. Okay. Ich brauche einen Schnaps einfach. Oh Gott, ey. Also Leute, ich hab 99 Probleme. Aber Kindesmissbrauch... Alter, willst du mich verarschen? Verarschen! Verarschen! Ich hab nicht gedacht, was die vorgegangen sind. Was hast du denn da für Subnairs? Ja, ich wollte auch was fragen. Diesen Satz werde ich jetzt nicht zu Ende führen, das ist unfair. Ja, außerdem natürlich kein Problem für mich. Ausgeleitet von... Oh nein, oh nein, bitte nicht. Jetzt holt da aber alles raus. Wenn das letzte jetzt noch da Linsons Raven steht, dann geh ich nach Hause. Oh, ich wünsche da steht jetzt Linsons Raven, bitte. Okay, gucken wir mal. Alter, ernsthaft? Alles klar, Instant Win, Alter, let's go. Alter! Alter! Sorry, aber da ist... Was ist das denn jetzt? Was zum Teufel? Was? Okay, let's go. Hä, das ist voll scheiße. Hä, warum? Also, wollt ihr das machen? Hä, warum? Das ist schwierig, weil wir drei Antworten brauchen, ne? Nun kann man auch immer noch selbst schreiben. Okay. Ähm, in der berühmten Ritardo-Runde im pinken TTT-Kinderzimmer starb Kronk wegen hmhmhm, Pan, weil sie hmhmhm und Tobi durch hmhmhm und Curry war immer Traitor. Ja gut, das stimmt. War wie immer Traitor. Äh. Okay. Ähm. So. Okay, warte mal, Tobi, so. Äh. Ich, keine Ahnung. Auf TTT hätt ich aber auch mal wieder Lust. Ähm. Oh oh. Oh oh, toll Tobi. Tobi, du bist echt ein Arsch, ne? Ja. Seht ihr, so wird man angegangen, wenn man sagt, dass man wieder Lust auf TTT hat. Mhm. Mhm. Dead My Daylight werd ich ja gar nicht erwähnen, aber das... Da werd ich ja direkt rausgeschmissen hier. In der Show, wie die ganze Zeit steht. Ähm. Ja, komm. Alles klar. Ich bin ready. Ich bin bereit. Tobi. Okay. Okay. Pannet. Pannet. Ach, Pannet. Die Pannet. Ja. Und Denkuh ist aber auch fertig schon. Nice. Alles klar. Denkuh. 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 Hier kommt Denkuh. Okay. Okay. Ist eine gute Rolle um Karten mal, um mal Karten loszuwerden einfach. Ja. Den mach ich mal weg. Okay. Okay. Bin sehr gespannt. Ja. Ich fang mal in der Mitte an. In der berühmten Ritardo-Runde im pinken TTT-Kinderzimmer starb Gronkh wegen Mama, die Papa mit einem Stripper betrübt. Was? Was? Wie stört man da durch? Ich frag nicht. Ich frag nicht. Pann starb, weil sie aus Versehen die Nase beim Kleberstüffel zugeklebt hat. Okay. Realist. Ja. Und Tobi starb durch Vergewaltigung und Plünderung. Absolut legit. Absolut legit. Wohnen in Darmstadt kommt mit einem Preis. Ja, okay. In der ersten Version starb Gronkh wegen acht Gramm bestes russisches Heroin. Absolut legit. Ja, das kommt vor. Acht Jahre YouTube gehen nicht spurlos an dir vorüber, ja. Pann starb, weil sie die vom Energydrink radioaktiv gelb eingefärbte Pisse getrunken hat. Hä? Da haben wir den Sprudelbrunnen schon wieder. Seitdem leuchtet die auch. Alter. Und Tobi starb durch ein eisenes Schamhaar. Ja, das ist auch das. Kannst du mir das kurz erklären, Tobi? Ich hab mich verschluckt. Keine Ahnung. Jaja, okay. So, in der dritten Variante. In der berühmten Retarderunde im pinken TTT-Kinderzimmer starb Gronkh wegen Muschipups. Okay, okay, okay. Dann Pan starb, weil sie neu zu engen Slip, ein, was? Einen. Ach, einen. Achso, okay. Einen zu engen Slip anhatte. Selbstgeschrieben, ja. Und Tobi starb durch Lace, die er verschluckt... Alles. Alles selber geschrieben. Alles selber geschrieben. Alles selber geschrieben. Alles von Pan. Sowas von. Aber sowas von. Ja, nun. Ich hab das Komma nicht gesehen nach Gronkh wegen... Ich dachte, Gronkh wegen Pan. So hab ich das gelesen. Ach, Muschipups-Pan. Achso. Ja. Achso. Deswegen. Dann wär's lustig gewesen. Aber so ist Scheiße. Aber so oder so. Weggeflattert einfach. Okay. Tobi, lebst du noch? Ich hab meinen Favoriten. Was? Ist das dein Ernst? Ja. Ich fand Vergewaltigung und Blünderung fand ich gut. Alles schön, Tobi. Was? Wie hast du das formuliert? Tobi findet Vergewaltigung gut. Hä? Hat er so gesagt. Ja, hab ich so gesagt, ja klar. So. Hey. Hey. Die Frage. Lassen oder überspringen? Müsst ihr ja sagen? Also ich brauch's nicht unbedingt, aber mir ist egal. Komm, überspringen die einfach. Oh, der nächste Killerweite. Kann man meistens für selbstgeschriebene machen. Es sei denn, man hat grad Adolf Hitler als Karte, aber das passiert selten. Also ich hätt was Schönes gehabt, aber egal. So. Was versteckt Pan im Ärmel? Oh, das find ich gut. Das find ich auch gut. Let's go. Das würde mich auch mal interessieren, vor allen Dingen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Behrige Armhaare. Die Pan muss man sagen, hat einen sehr starken Körper-Haarwuchs. Und sie rasiert sich immer die Beine auf. Schön Aber die Arme nicht. Das sieht immer aus wie so ein Pelzmantel. Ja, ja. Schön warm im Winter. Sieht das aus wie Ultimate Warrior, der hat doch immer diese Dinger am Arm gehabt, weißt du? Ja, ja, genau so sieht das aus. Diese Wedeldinger. Okay, dann guck mal. Was? Pan im Ärmel. Ich fang mal hinten an. Boah, der braucht einen Moment, aber der... Ja, schön, Alter. Weil mit dem Punkt dahinter kommt's immer noch gut. Nehmt es einfach hin. Ja, ist so. Ich frag mich, ob die selbst geschrieben ist. Die passt einfach zu gut. Die ist bestimmt selbst geschrieben. Okay, was versteckt Pan noch im Ärmel? Kommunismus. Hä? Auch ausdrucksstark, aber von mir. Was ist denn hier los? Voll dieb, Mann. Oh, Lenin. Hä? Hä? Okay, was versteckt Pan noch im Ärmel? Hormonspritzen. Achso, das erklärt die Armhaare, ja. Da fehlt mir der Punkt. Da fehlt mir jetzt aber der Punkt. Kann ich nicht drüber lachen jetzt. Ist nicht witzig. Mann. Okay, Hormonspritzen. Ich würde sagen, sorry, ihr wisst es genau. Jo, danke, Erik, danke. Danke, Erik, alles klar. Harry, Harry, ist doch aufholt. Und war nicht selbst geschrieben? Nee. Oh, okay. Nee, ich glaub, das wär mir nicht eingefallen. Oh, weia. So. Dann geht es weiter. Bei einem sehr romantischen Abendessen mit Kerzenschein darf natürlich nicht fehlen. Alles klar. Okay. Oh ja, eigentlich das hier natürlich. Eigentlich natürlich das hier. Da bin ich sehr dafür, aber... Gut, da bin ich auch sehr dafür natürlich, klar. Ähm, aber ich muss einfach... Geil. Das ist das, was bei mir immer dabei ist. Ich find's übrigens geil, wie viele HW2-Karten es gibt. So viele, ne? Das ist voll geil. So krass. Aber machst du die? Ich hab... Ich hab ja schon lange nichts mehr gemacht, weil der Rechner war doch immer in the ass. Also Tobis Vorhaut hast du nie eingegeben. Kann sein, weiß ich nicht mehr. Tobis Vor... Was? Was? Tobis Vorhaut. Deine riesige, fette Vorhaut, Tobi. Ach so, ja, natürlich. Manche Leute ein Zelt im Vorgarten bauen. Die schmeckt nach Lays, ne? Die Vorhaut. Nach Barbecue-Lays. Ist die auch geriffelt? Und die knuspert wie die neuen Superchips von Lays. Alter, Tobi. Der Junge hat auch 100 pro nen Deal, Alter. Ja, aber ich kann auch sagen, der 100 pro ist. Nein, leider nicht, aber war cool. So, Lays, falls ihr das schreibt... Ähm... Kauf meine Vorhaut. Let's go. Nein! Nein! Aber es gab doch auch die YouTuber-Pizza. Wieso solltest du nicht auch Vorhaut-Chips von Tobi eben weg? Ich würd die sofort kaufen, Alter. Tobi's Vorhaut-Pizza ist dann wahrscheinlich wie so ne gebackene Plazenta einfach. Ah, Alter. Das ist wie der Parmaschinken, der da oben drauf ist, weißt du? Vorhaut Margarita, Alter. Nein! Ah, Entschuldigung. Oh, da liegt noch Mais rum, okay. Ja, Alter. Oh Gott. Oh Gott. Das ist natürlich auch nicht fehlen darf bei einem romantischen Abendessen. Kindesmissbrauch. Achso. Crack-Rauchen mit der Bio-Lehrerin. Alles klar. Oh, Erik. Oh, Erik. Tobi, ich weiß genau, dass du das geschrieben hast. Hä? Was ist bei dir? Ich weiß genau, dass du das geschrieben hast, Tobi. Ich weiß es genau. Ja, ja, ja. Ganz bestimmt, Erik. Hä? Außerdem nicht fehlen darf eine umfangreiche Sammlung sexuell übertragbarer Krankheiten. Also ganz ehrlich, ohne die date ich nie. Ja, natürlich. Oh scheiße, jetzt wieder richtig. So ne Model-Mappe, Alter. So mit Klaus er mal durch. So, hier ist mal ein Hodenherpes, guck mal hier. Ich mach das bei mir immer rein nach Bauchgefühl, ne? Ja. Kleiner Bauchgefühl, tut mir leid, aber der kam einfach. Danke. Alles klar, Tobi. Hau an. Ach, das war Curry mit dem Crack-Rauchen. Alles klar? Was? Alles klar. Hä? Achso. Ja, ja. Ich dachte, du wärst das Tobi. Ich dachte, du wärst das gewesen. Nee, nee. Krass. Falsch gedacht hier. Krass. Hm. So. Die Geheimzutat von Omas Plätzchen ist, Tobi, wir wissen das alle. Oh Gott. Keine Ahnung. Achso, das hier wär ja auch schön gewesen. Tobi, schreib bitte meine Vorhaut, bitte. Nein, na, ih, nein. Das überlasse ich dir im Vergleich. Verdammt. Verdammt, hätt man gut machen können. Ja, das wär gut. Tobis Vorhaut, ey. Ich brauch noch einen Tab, wo ich sowas immer schnell reinschreibe. Ich guck nach der Folge nochmal rein. Tobis Vorhaut. Ich schreib jetzt einfach jedes Mal Tobis Vorhaut, egal was kommt. Passt aber auch immer. Ja, genau. Na Pan? Alles klar. Let's go. Also Omas Plätzchen sind eh die Geistes, deswegen die Geheimzutat davon beträgt. Zum einen eine Schnappschildkröne mit einem Penis im Maul. Alles klar. Lecker. Zu Weihnachten die besten Plätzchen. Natürlich immer. Nimm, 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 nimm. Knuspen. Fang die Wurst, ey. Knuspen. Marmelade, ey. Was denn? Ich hab mir das grad vorgestellt ganz kurz, das war nicht schön. Wird die Schildkröte mit dem Penis püriert, bevor die in Plätzchen kommt, oder ist die dann einfach so... Ne, wird mit einem Hammer, mit so einem Schnitzelhammer, weißt du? Ah, okay. Oh. So. Ähm. Es gibt Plätzchen? Ja. Oh, schön crunchy. So, außerdem ist natürlich drin ein nebensächlicher Titten-Krapscher. Hä? Alles klar. Möp. Möp. Du sollst vorbeigehen, Möp. Während man den Teig umbrüllt. Möp. Oder während man sich, während man den Teig irgendwie knetet und dann so langsam unter die schwitzige Titte geht und damit der Teig... Was? Was? Damit der Teig einfach besser von der Konsistenz her wird. Vom Geschmack her. So ein Bindemittel, oder was? Hätte das nicht ne Frau grad erzählen können, bitte? Da wärs noch irgendwie ein bisschen erotisch gewesen. Soll ich... Meine schwitzige Titte. Soll ich euch mal nen Kuchen backen? So nen Möhrenkuchen. So nen Möhrenkuchen. Boah. Alter. Weiß ich muss noch kneten. Möhrenkuchen. 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 Obwohl dann die ganze Hand einfach von der Titte bedeckt wird, so. Möhrenkuchen. 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 Alles klar. Aber ich find den aber eigentlich schön hier. Das muss ich sagen. Find ich eigentlich schön. Der Tobi schon wieder. Siehst du, passt. Der Tobi räumt schon wieder fett ab, Alter. Ja, aber der ist auch immer on point so, der Tobi. Der Eric muss erstmal mit seiner Community-Liebe da rausholen. Um Punkte zu machen. Was? 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 Ich hab beim Pfisten übrigens einen Möhren gefunden. Okay. Okay. Keine Ahnung. Ich klicke das einfach mal an. Oh, ich hatte ja nicht wieder Kindesmissbrauch hingeschrieben. Das hier wird auch... Das wird auch... Boah, Alter. Okay. Das ging schnell. Also, was habt ihr denn so schönes beim Pfisten vorhin gefunden? Ähm, beim Pfisten gefunden... Hände, deren Finger zehn kleine Penisse sind. Das wäre voll lustig. Nein. So Wobbel, Alter. So... Nein. Ist das so eine Medusa-Hand dann irgendwie? Wie so ein Wackeldackel, Alter. Äh. Barbara... Nein, nein, nein. Was? Das sieht aus wie... Pobi mit den Penishänden. Ich wohne allein im Schloss. Und nachts regnet es... Ja. Okay. Ist in Ordnung. Es schneit draußen. Das ist kein Schnee. Stimmt. Die ganze Nachbarschaft zugewuchsen einfach. Frau Urlaub 18, Alter. Ja. Das sieht aus wie das Heimatdorf von Spider-Man. Äh. Warte mal. Ich muss mir das kurz höchstern. Äh. Ihh. Was? Hä? So Tobi mit Penishänden. Ja, beim Fist gefunden außerdem wurde... Pan, die pinke Cosplayerin. Was? Hä? Oh, ich hab grad Pink an. Scheiße, aber... Einfach mal ne ganze Pan beim Fisten gefunden, krass. Und von Overwatch. Und von Overwatch. Ist sie im Arsch verloren gegangen da? Oder wie? Ich hab den Weg nicht gefunden. Geh nicht... Geh nicht... Geh nicht ins Licht. Immer den schwarzen Bergen-Nachbarn. Boah. Ach. Ja, Mann. Ja, Mann. Da hab ich keine Tobis Vorhaut geschrieben. Ja, stimmt. Ihhh. Boah, Alter. Wie weit wäre das... Ihhh. Einmal komplett durch, oder was? Boah. 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 Ja, und beim Fisten außerdem gefunden wurde... Kinder aus... He? 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 Oh. Oh. Alles klar. Ha. Hm. Okay. Ist die Frage lustig? Soll ich die lassen? Oder überspringen? Weiß ich nicht. Mir ist egal. Ich brauch sie jetzt nicht. Aber... Vielleicht sag ich das auch nur, weil ich nichts passendes gerade habe. Vielleicht habt ihr was Schönes. Das... Das kann sein. Alles klar. Ich hab schon drei Karten eingeloggt gerade. Ähm. Alles klar. Hm, hm. Ist das beste Mittel, um Steuergelder zu unterziehen? Ja, da hätten wir noch was. So. Alles klar. Pan weiß gleich Bescheid. Pan ist... Steuerhilfe Profi Nr. 1. Natürlich. Na klar. Na klar. Na klar. Köring und Tobi überlegen noch gerade. Tobi schreibt selbst. Der kennt sich aus. Boah, Alter. Oh, mein Bauch. Irgendwer tippt. Irgendwer tippt. Tobi, ich hab's gehört. Curry ist es. Ne. Das muss gelogen sein. Ich bin... Ich bin unsicher. Ich bin sehr unsicher. Okay. Wir fangen heute in der Mitte an. Ähm. Wa... Äh? Äh? Was ist das beste Mittel, um Steuergelder zu hinterziehen? Tobi sagt, es ist... Eine Windmühle voll mit Leicht. Alles klar. Ja. Alles klar. Top in der Mitte. Objekt. War halt günstig, aber Immobilienscout. Weißt du? Eben. 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 Körri zum Beispiel. Körri nutzt folgendes, um seine Steuergelder zu unterziehen, nutzt Körri folgendes. Tobis Vorhaut kann man gut verstecken. Höhöhöhöh. Ja, Lizenz. Das geilste ist, diese Karte ist nicht selbst geschrieben. So. Okay. Alles klar. Ist wahrscheinlich wirklich von Körri, ne? Körri? Die muss von Körri sein. Körri. 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 Den Körri. Den Körri? Den Körri? Körri. Den Körri. Den Körri. So, okay. Und Pan ist der Meinung, das beste Mittel, um Steuern zu unterziehen, ist das hier. Was? Was? Aufs Finanzamt, oder was? Das stimmt, der Tobi, ey. Alter, Tobi, ey. Es lenkt ab, oder? In den Medien? Würde ich sowas ablenken? Ja, eigentlich schon, ja. Wahrscheinlich, ja. Das ist der Tobi schon wieder. Alter, das ist doch unfassbar, ey. Das ist der Tobi. Krass. Der war aber selbst geschrieben. Weiß ich, ob das jetzt gut ist oder nicht. Das ist schön, Tobi. Das spricht für dich. Oh, geil. Leute, ich wollte schon immer mal wissen, was jetzt so richtig feucht wird. Was, Tobi? So schnell. Alles Tobi. Ja, man muss ja jetzt auch nicht unbedingt jetzt irgendwie sonst was passieren, ne? Okay, ich würde... Ich bin unsicher, weil das ähnlichen Stellenwert hat die beiden Dinger hier. Oh Gott. Der Curry hat sich wieder umentschieden, wenn ich grad. Der Curry hat sich wieder umentschieden, wenn ich grad. Oh, man kann ja auch wieder zurückziehen. Cool, wusste ich gar nicht. Joa. Hm. Ach, guck mal. Scheiß drauf. Wär auch. Wär irgendwie witzig, aber... Okay, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? So dick ist die Kinder-Sie-Karte jetzt weg, ey. Er hat's ja gleich nochmal geschrieben, ne? Hat's einfach nochmal geschrieben. Na gut, das sind drei Erik, ne? Das weißt du ja. Was? Was? Okay. Also. Was lässt denn den Erik richtig feucht werden? Ein überraschend starker... Puh. Geil. Ah, nice. Boah. Der nimmt einen so richtig ran und... Ist richtig animalisch dann. Kann auch irgendwie reinkriechen, Alter. Wir müssen wieder ein paar Warnungen vor den Folgen. Ja, vielleicht ja. Vielleicht ja. So. Gut, der Curry lässt richtig... Der wird richtig feucht, wenn er... Äh, Hitler ist geastrisch nur süß. Was? Die schlimmsten Karten sind die, wo die meisten von uns ruhig sind. Okay. Und der Tobi wird richtig feucht, wenn er, äh, ein Trinkpäckchen sieht. Was? Okay, das ist süß. Das ist wirklich, das ist ja süß. Das ist süß, ja. Aber es kommt hin, es kommt hin also, ne? Ich mach mich nass. Jetzt ist halt das Problem. Ich würde am liebsten Trinkpäckchen nehmen und kann ich nicht. Und die anderen beiden, ähm, ich müsste aber sagen, ich, ich nehme das hier. Von wem ist das? Tobi! Schade. Puh. Das war aber knapp. Selbstgeschrieben, okay, das wusste ich nicht. Nein, nein, nein. Gott. Ähm. Alte Menschen riechen voll penetrant nach. Ja. Juhu, ähm. Die Karte ist so geil. Oh nein. Schön. Okay, ich muss ganz kurz, weil ich, ich muss, ich würde auch gerne das hier nehmen, aber ich nehme einfach... Ja, ich nehme das hier. Ich nehme das hier aus dem Grund. Oh Gott, wer kommt jetzt? Alte Menschen riechen voll penetrant nach. Unglaublich stinkende Scheiße. Es ist so schlicht und so schön. Voll. Unglaublich stinkende Scheiße. Vor allem, es wird scheiße nicht reichen, weißt du? Man muss da draufhauen, ey. Die Masterform von Schwacke einfach, ey. Außerdem riechen die natürlich nach, äh, Natursekt. Klar, logisch nicht. Logisch, natürlich. Oder auch zum Beispiel nach, äh... Was? Hä? Nach einer Säuglingsstation, wenn in die Wohnkästen gefurzt wurde. Oh, jetzt wird aber schwierig, ey. Jetzt wird schwierig. Ich muss dazu ganz kurz sagen, die Säuglingsstation-Karte, ne? Ja. Die ist tatsächlich aus unserem Kartenset, was wir gemacht haben. Hä? Das ist eine Karte von mir. Da bin ich stolz drauf. Echt? Da bist du stolz drauf. Das ist... Das nehm ich jetzt so als... Ich fand das schön, dass die immer angezeigt wird. Ich hab mich grad nur gefreut. Auch wenn ich das jetzt noch nicht kaputt mache und den Punkt verliebe, ist mir aber egal. Du bist sehr kreativ. Ja. Du bist sehr kreativ. Ich freu mich manchmal, wenn man die Antwort nimmt. Ich will unglaublich stinkende Scheiße nehmen, aber ich will nicht, dass Tobi schon gewonnen hat. Das ist die Runde. Das ist ein Natursekt, das ist meine Karte. Ja, genau. Mhm. Das ist nicht... Okay, jetzt nehmen wir gleich... Ja, ich nehme unglaublich stinkende Scheiße. Ist egal. Jawoll. Das heißt, der Tobi hat gelogen, der Tobi ist voll nicht glaubwürdig. Tobi... Aber ey, wir haben schon... Ja, aber das... Also, das ist... Also, man musste die einfach nehmen. Aber ich finde... Das ist ja auch wahr. Stimmt ja auch. Der Erik hat die letzten Male immer gewonnen. Nein, du brauchst jetzt gar nicht laut werden, Tobi. Bleib ruhig jetzt hier. Du brauchst jetzt auch gar nicht irgendwie aufbrausend werden. Das macht alles keinen Sinn. Und ich habe gewonnen, ohne eine Community-Karte zu sitzen. Ja, beruhig dich, Tobi. So. Geil. Wir haben alle... Wir haben heute noch gar nicht der Community gedankt. Ja, doch. Du mit deinem Folgentitel. Äh, mit deinem Raumtitel hier. ... Harvins Coocor-Beauty, liebe. Hand, Herz. Jaa. Gehört dazu. Ja. Ja, mach mal die nächste Folge oder was? Alles wird alles lange, alles gern. Tschöööööööööööööööööööeof Wiederseh-Hacktöööös. Tobi spielt unfairmente-cheated. Hä, steht Tobis Vorhaut? Arschloch.